so range aber egal level ich gehe 19 oder so ok dann brauchst du noch so schau mal 18 spieler v ac 19 also die cv da naja gut ist ein trial naja ich meine wenn einer da ist ist mir das ideal guck mal das ist ja zum beispiel was ich schlimm finde eigentlich eher momentan die freundlich also unsere leute freuen sich über negative kritik damit zum beispiel wir lud kämpfer werden oder also hier sparen kämpfer und so eine scheiße nur in der safe zone rumgammeln und die leute weg schießen da freuen sich unsere kiddies natürlich drüber also ja klar meine eben vor der vor der safe zone abfahren empfangen dort kann jeder das ist echt der hockt weiß ich nicht drei stunden vor 6 investieren wartet bis leute kommt da wird es auch nicht anders also bei spielerkontakt einfach mal an klar ich meine man kann nicht immer gewinnen das ist ja klar aber das gehört ja zum spiel dazu reicht doch nicht getroffen also wenn er dann was haben willst oder eben halt naja wir können ja hier mit den nether kram da können wir uns ja dann neue aufteilen oder wenn ich ja christian von mir munition gleich und dann ist gut ja du kannst es ja zum leveln hernehmen und dann gibst du mir ein bisschen was laufen wir gleich unten durch ich gucke hier immer durch ich nehme mir zum beispiel auch waffenteile mit dann baste ich mir die zusammenwändig neun millimeter oder so machen kann und gibt die dann ab erstmal kriegt dann kohle und exp ja gut neun millimeter nicht die uhr liegt mir wenn dann mit dem crawler beinchen ja auch mit den waffenteilen und wenn ich ja verkaufe ich die waffenteile müssen nur ein bisschen aufpassen dass uns keiner verfolgt da habe ich kann man richtig aber wie gesagt ich sehe die problematik jetzt momentan noch gar nicht also aber es wird der punkt kommen wenn wir da auf den server gehen da werden wir uns immer versuchen wegzukaschen problem ist die werden nicht einzeln versuchen die werden wird 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 dann nur noch so gruppenartig funktionieren hast du aber nicht nur cv sondern hast du wahrscheinlich auch gut die tun sich dann zusammen nur um uns zu holen ja und hier oben ist schon mal nischt und das ist ja das problem was ich immer noch so sehe und daneben gesprungen egal ich komme hoch aber auf der anderen seite ist egal wo komme ich da runter oder komme ich da nicht runter komme ich nicht ja die post ja ich wollte gucken ob ich hier durch fenster komme ich bin jetzt hier wenn wir heute drin ich hoffe mal über die treppe den gang hier hoch und dann springe ich immer drin da brauchst du nur immer laufen nicht hoch und wieder runter ich bin bin jetzt auch irgendwo drin hast du nachgeladen nein das ist das feuer ich habe wo ich bin ja ich bin ganz oben ja ich weiß du bist gerade eine etage unter mir habe ich schon hier sehen ich habe erst mal oben hier guckt bis es dazu dreht mit zur first aid oder er braucht momentan nicht also ich kann auch wenn ich nehme es auf richtig die schüsse hörst du auch geschehen ok flash light ist oben ist oben ist weg ok stimmt du kannst ja nicht fliegen ja aber wisst du woher das auch ein bisschen kommt durch dieses campen in der safe zone das ist einfach das kommt auch von sachas einstellung her weil es jetzt schon mal auf ihr fallen ist was tut es ja ja so die kohler zum beispiel die nämlich ja so auf korn aber wenn ich ja keine munition ich bin hier draußen ja naja ich war weg war links vom haus naja für die schrieker zum beispiel also hier für die kohler für die kläden dann nämlich gar nicht besser ich bin nicht zu geizig munitions geizig gibt es ja jetzt zu kaufen wenn man ein bisschen fahren rechts im haus rennen kannst du schon springen oder ach so da geht's hoch ja ich gucke gerade mal hier kommt man hoch nicht so schlimm dann halt es noch ein bisschen zurück ich versuche die mal zu machen naja ich kann die auch machen hinter uns hinter dir naja jetzt kommt hier ein bisschen was angetanzt gegen und ja 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 jetzt ja 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 ich ich schiff alles einsamme ja ja ich sammle alles Ne, ich hab auch, aber schadet ja nicht. Deswegen, ich hoffe allergesundlich ist hier. Oder obwohl, du hast ja gerade die Schrot bei, wa? Mhm. Warte mal kurz, komm mal her. Weil die hab ich unterwegs gefunden. Die bringt mir ja jetzt nix da mitzuschleppen. Ah, perfekt. Nur mal 30 Schuss. Komm mal, pull mal zweimal durchlaufen. Na, ich hab bloß ein Medium-Backpack. Ach so, okay. Der findet man jetzt eigentlich, passt schon. Ah, ne, da kommen wir nicht raus. Also, links doch. Links. Wir können auch hier einfach runter. Ja, pfff. Mal kurz, ich muss mal schnell hier einen Schluck zu essen. Nee, hab ich nicht. Hm, geil. Ja, wir können ja Museums Outpost können wir ja mal kurz einen Stop-Dem erst mal machen. Museum? Na komm. Ja, ist auch. Nee, Westview meinig. Westview, ja, ja. Nach, nach Pullman. Ja, ich bin mal gleich mal kurz. AFK, da musst du mich mal kurz decken. Kommt drauf ab, wo du hießt. Oben ins Haus rein. Kannst mich kurz decken, ja? Äh, welcher? Oder schießt einer? Da schießt einer. Wo? Richtung Pullman. Naja, dann krabbelt da schon jeder lang. Ich bin's ja nicht, wo bist du denn jetzt? Ach, du bist hin? Da bist du noch. Ich bin schon voll gelaufen. Ja, komm mal mit. Ich hör den. Den hol ich mir jetzt. Kommst du zu mir? Hinter uns wird auch geballert. Egal, ich hol mir den jetzt hier. Ja, Problem ist, ich hab noch kein Stamina. Ich kann noch nicht so Schlange rennen. Bist du hinter mir? Nein. Also, der schießt nicht mehr. Doch, hier zu rechts. Ja. Ich bin gleich da. Fuck, ich hab ihr Pult. Ist egal. Schießen. Schießen. Naja, vielleicht kommt er dadurch zu mir. Ich kenn gar nicht, ob ich jetzt ein Business. Ich bin vorm Haus. Genau in dazwischen. Oh. Hast'n? Jo. Weißt du, wo ich bin? Ich muss, dass du jetzt ums Eck kommst und ich treff dich. Äh, warte. Na, du bist hier vorne hinterm Tor. Ich bin im Haus, im Haus. Ich bin in der Gratpfanne da drin. Gratpfanne ist immer gut. Okay, wo bist du? Das macht mich nervös. Wo bist du? Ja, warte, ich komme jetzt zu dir. Ich guck mal. Skate. Ach, da bist du, okay. Ich komm zu dir. Ich bin da leider da. Ich wüsste, wo es lang geht. Halt, rechts, warte, warte, warte. Ich komm zu dir. Und, wie komm ich rein? Am Wasser? So, wo willst du mich denn kurz decken, oder? Na, da wurde erst mal, na, ein paar Pasch. Oder soll mal schnell save zone rushen? Ich bin nicht, sondern bin ich für den AFK mit so'n bisschen. Aber wir holen mal das Zeug da vorne noch, vielleicht. Der kam hinter mir hergelaufen auf einmal. In den Rucksack. Aber ich hab mich schon umgedreht, also hab ich schon erwartet, dass der da kommt. Hat er was geschrieben, oder? Keine Ahnung, hab ich nicht drauf geachtet. Schlimme ist ja, der erste Schuss hat nicht gesessen. Aber ich glaub, der wollte friendly sein, aber das kenne ich nicht. Schon viel zu oft, äh. Ah, ja. Erlebt, dass das nur fake ist. Ich hab schon öfters erlebt, damit das kein fake ist, aber ich hab mich da dann doch umentschieden. Also ich sag mal so, ich hab zwei Large Military gehabt, und die waren wirklich friendly. War kein fake, aber... Ich denke mal, die wollten sich halt nicht drauf ankommen lassen, ne? Ah, ja, ich wollt grad sagen, dann ist, na ja... Wenn der Loot weg ist, dann ist richtig ehrlich. Guck mal mal hier noch, der hat einen Medi-Packs dabei, auf jeden Fall. Vielleicht waren die von mir. Komm, wir laufen mal West hier, und dann... Naja, erstmal, ich ne. Ruhmann ist immer so ne Lala-Ecke. Ja, genau. Zwei mal TFC. Ich hab ACP-Armut für dich übrigens. Ja, die kannst du mir geben. Nehm ich die gleich in der Safe? Achso, oder ja, wenn ich ganz hoch selber behalten, also... Benutzt sie nicht. Achso. Bin wohl eher einer der wenigen Leute, die die nehmen. Mhm. Ich find die zum... Ich mach mir nicht so viel Schaden. Ja, aber für den Netherkill reicht doch. Ja, klar, aber für den Netherkill würde ich klapp jetzt. Wenn was kommt. Da ist eigentlich die TFC schon scheiße, aber ich hab kaum 5,5,6 Ammo. Wollt mal gucken, ob ich noch welche da hab. Aber ich geh mal von aus. Wollt mal gucken, ob da einer ist, warte mal. Achso, ich hab ein Blatt mit dir, ich sollte mal nicht so rumstrimmen hier. Oh, sieht safe aus. Jo. Das macht Spaß, ey. Schön entspannt spielen und nicht hier rumschreien und... Ja. Können wir laufen unten rein, ja? Äh, Dachdick dran, oder hast du ja Dachdick macht da jetzt, äh... Egal, wo du hin willst, lauf. Oh. La 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 la. Okay, komm. Hier, hier, hier. Na ja, ich wisst doch, wo die safe zone ist. Okay, na, ich dachte grad, weil die waren nämlich ein bisschen viel Viecher. So, pass auf, ich leg dir deine ACP hin, dann komm ich... Na ja, ich muss, muss schnell noch, schnell noch hier ein bisschen was verkaufen. Feuer. Wird das hier nix. Wut. So, was, was, was können wir hier erstmal wegpacken? Okay, kam jetzt nicht so viel in der Sack Kram zusammen, aber ist ja egal. Schneller verkaufen. So, brauchst du irgendwas, Dr. Sperrk oder so? Nö. Hab ich selber noch, also... Äh, was brauchst du? So, 5 und 6, ne? Schau mal. Jo, warte. Hey, cool, danke. Boah, das ist ja cool. Sehr cool, danke. Oh, kein Problem. Oh. Da kommt ein anderer Spieler, äh, Käse. Egal. Hast du mal, hier ist kein Nasser entlang, ne? Ne, die laufen hinter zum Salary. Da wollte ich nicht erstmal auf Kai? Ja, doch, kann ich ja gleich. Moment, da? Äh, warte. Wegen, wenn der was hat, dann... ...ist du krieg. Ah, wegen Dings, ne? Wegen Platzmangel. Immer die laufen, wo laufen sie hin? Ah, da. Wo, wo laufen sie hin? Da wirklich zu den Rail-Yard, da zu den Dreckhaufen. Ich glaube, ich flieg mal rüber auf das andere Gebäude. Dann schau ich mir, dass ich mich mal hol. Äh, wo, wo, wo ist das? Östlich oder westlich? Ähm, nordwesten. Nordwesten, also zum Salary. Ach doch, ja, Salary. Nur die Frage ist, wo die hinkommen. Ach, du bist da unten schon. Okay, ich flieg aufs Gebäude. Ich hoffe, ich schaffe es. Okay. Da bist du, okay. Ich weiß nicht. Aber die waren da im Dreckhaufen. Als müssten wir irgendwo rechts von uns sein. Wo bist du? Du musst hier rechts laufen und Dreckhügel. Ja, ich weiß. Ah, ja, fuck, muss ich lassen. Wo bist du denn? Ach, da oben, ja? Ich geh kurz hoch, nur gucken. Wie mal Loki Loki umsonst hier macht. Äh, ja. Vorsicht, unter dir ist ein Schrieker, wenn du da berufst. Äh, bist du da drüben? Ja, auf dem Dach. Ja. Ah, ne, da bin ich. Ganz locker bleiben. Um sicher? Na ja. Da, 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 da. Okay. Schnell noch mal, der weh macht. Haha. Ich bin der Typ, ey. Ist ich ausgelockt. Das kann gut sein. Naja, jetzt schläge ich ihn nicht safe, sondern. Richtig. Gut. Na dann.